Lasst uns noch einmal beten. Ja, allmächtiger Herr, danke, dass du mit uns gehst, dass wir mit dir gehen dürfen und dass du uns, die wir dich noch nicht sehen können, aber doch schwarz auf weiß als ständigen Begleiter dein Wort gegeben hast, durch das du zu uns redest und dass du uns diese wunderbaren Psalmen geschenkt hast, mit denen du uns sprechen lehrst, dich anzurufen und dich anzubeten. Wir danken dir, dass wir auch heute Nachmittag weiter studieren dürfen in deinem Wort und bitten dich, dass du uns auch jetzt in dieser Nachmittagszeit trotzdem Konzentration schenkst und Freude uns in dein Wort zu vertiefen und dass wirklich jeder von uns an der Stelle von dir getroffen wird und dir begegnet, wo er es besonders braucht. Herr, wir legen auch diesen Nachmittag in deine Hände. Amen. Das war eine typische Szene in den letzten Monaten immer wieder, wenn eine niederschmetternde Nachricht einen erreichte über das Internet, über irgendwelche Blogs oder auch über die Öffentlich-Rechtlichen und man dieses Gefühl der Machtlosigkeit, des Ausgeliefertseins, des schreienden Unrechts oftmals auch hatte, dass ein Buch der Bibel uns immer wieder besondere Zuflucht in diesen Situationen geboten hat und das sind die Psalmen. Ich denke, vielen der Geschwister ist es so ergangen, ihr habt das immer wieder gehört, unter anderem auch dieser Psalm 2, den Eberhard Dahm uns heute Vormittag so eindrücklich vor Augen geführt hat und nahegebracht hat. Wenn es einem die Sprache verschlägt und den Mund fast erstickt, wenn man aufgewühlt ist und sich kaum still hinsetzen kann, wenn uns die Kehle zugeschnürt wird vor bebendem Zorn, dann holt dieses Buch der Psalmen uns ab mit unseren Emotionen, nicht um auf der Klaviatur unsere Emotionen zu spielen, sondern um sie theologisch zu erden, um sie einzubinden, um sie zu sortieren, nicht unbedingt, um uns abzukühlen, so als würde man die Luft aus einem Ballon rauslassen, sondern um unseren Emotionen einen soliden geistlichen Halt zu bieten, weil in den Psalmen alles in Bezug zu unserem allmächtigen Gott gesetzt wird und deshalb finden die Psalmen auch einen schnellen Zugang zu unseren Herzen. In ihrer Mappe finden sie einen Begleitzettel auch für diesen Nachmittag mit dem sie die Gliederung wieder mitverfolgen können, Abend und Morgen bin ich geborgen. Und dort findet sich auf der Rückseite ein Zitat aus Luthers Vorrede zum Psalter von 1545, wo er genau diese Emotionalität der Psalmen, dieses ganz, ganz nahe Dransein auch an den Empfindungen der Beter beschreibt. Und da heißt es, Sie können das mitverfolgen, da siehst du allen Heiligen ins Herz, wenn du die Psalmen studierst, wie in schöne, lustige Gärten, ja, wie in den Himmel, wie feine, herzliche, lustige Blumen darin aufgehen, von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott und seine Wohltat. Wiederum, wo findest du tiefere, kläglichere, jämmerlichere Worte von Traurigkeit, denn die Psalmen haben, die Klagepsalmen haben? Da siehst du abermals allen Heiligen ins Herz, wie in den Tod, ja, wie in die Hölle, wie finster und dunkel ist es, da von allerlei betrübtem Anblick des Zornes Gottes, auch wo sie von Furcht und Hoffnung reden, brauchen sie solche Worte, dass dir kein Maler die Furcht oder Hoffnung so abmalen könnte. Also Luther sagt, kein Maler kann so eindrücklich diese Gemütszustände und diese Situationen auf den Punkt bringen, uns vor Augen stellen, wie die Psalmen. Und Augustin hat von sich einmal gesagt, wie er an den Psalmen immer wieder, er nennt das, in Glut geraten ist. Er schreibt in seinen Bekenntnissen, in seinen Konfessionen, im 9. Buch folgendes. Was hab ich, du mein Gott, zu dir gerufen, da ich die Psalmen Davids las? Die Lieder des Glaubens und den Sangen der Frömmigkeit, so frei und fern von allem Geistes Stolzes. Ich war neuling noch in deiner echten Liebe. Also er war gerade mal bekehrt. Wie schrie ich damals auf zu dir, da ich die Psalmen las? Und wie geriet ich an ihnen in Glut zu dir? Und wie hätte ich gerne, wenn ich es gekonnt, dem ganzen Erdenkreise sie gelesen? Zum Trotz, dem Stolz der Menschheit. Die Psalmen, ein Vademekum gegen den Stolz, ein Buch Gottes, an dem unser Herz entbrennt, in Liebe zu diesem Herrn, im Staunen über seine Größe und in Dankbarkeit dafür, dass er sich über uns erbarmt. Und es ist kein Wunder, dass Spurgeon, der ja hauptsächlich Predigten veröffentlicht hat, ein Buch der Bibel besonders ausführlich ausgelegt hat, über einen langen Zeitraum hinweg. Er hat ja immer wieder daran gearbeitet. Und das waren, Sie wissen es, die Psalmen. Die Schatzkammer Davids hat er das genannt, weil ja immerhin David etwa die Hälfte der 150 Psalmen geschrieben hat. Und das, was ich hier in die Luft halte, ist nur einer von vier Bänden, die Spurgeon dazu verfasst hat. Also das war sein großer Kommentar. Er hat zu keinem anderen Buch der Bibel so ausführlich und so beständig gearbeitet, wie zu diesem Buch der Psalmen. Und wenn Sie ein bisschen Spurgeon vor Augen haben, einigen ist er ja sicherlich ein Begriff, dann werden Sie auch diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Dieses Bewegte, dieses Mittenhineingreifen in unsere Realexistenz, ein reichlicher Schatz zur Glaubensstärkung, den wir noch viel stärker heben und davon zehren sollten. Und deswegen bin ich Eberhard Dahmen so dankbar, dass er die Idee hatte, das mit dem Psalmen zu machen. Und wir sind sehr gerne darauf eingegangen. Und die Bibeltage sind eine großartige Möglichkeit. Und ich selbst habe mir auch vorgenommen, in Zukunft noch intensiver mit dem Psalmen zu leben und sie noch selbstverständlicher regelmäßig auch zu lesen und zu studieren. Das meist zitierte Buch des Alten Testaments im Neuen von etwa 360 Zitaten oder Anspielungen im Neuen Testament auf das Alte beziehen sich etwa 112 auf die Psalmen. Auch das ist ein auffälliger Befund. Und jetzt fragen wir, woher kommt diese erfahrungsbezogene Seite? Die Psalmen sehen den Menschen eben ganz stark in seinem geschöpflichen Zusammenhang. Das macht die ganze Bibel, aber die Psalmen betonen es besonders. Sie haben eine ausführliche Schöpfungstheologie. So heißt es etwa in Psalm 121, Vers 2. Und Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das wird immer wieder betont. Ganz ähnlich Psalm 124, Vers 8. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist sein Markenzeichen. Er ist der Schöpfer. Wer sollte unser Leben besser verstehen als er bis in seine praktischsten Vollzüge hinein? Und auch unsere beiden Psalmen heute Nachmittag ereignen sich mitten in der Alltagsrealität. Sie werden es sehen. Es geht dort um zerschmetterte Zähne. Es geht um Lagerbestände von Korn und Wein. Und es geht um überwundene Schlafstörungen. Das kennen wir alles. Mitten drin im vollen Leben. Und ja, wir stoßen in dem Psalmen auf eine ungemein intensive Wahrnehmung der geschöpflichen Lebensbedingungen. Sowohl im Blick auf die außermenschliche Schöpfung und die dortigen Befunde, was die Natur angeht, Tagesabläufe, als auch im Hinblick auf die innermenschlichen Regungen. Nirgendwo finden wir das so ausführlich behandelt. Johannes Calvin hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt, dieses Buch, also die Psalmen, pflege ich eine Zergliederung aller Teile der Seele zu nennen. Denn ein jeder findet hier ein Spiegelbild aller inneren Regungen, die ihn bewegen. Ja, für wahr, hier schildert der Heilige Geist uns lebendig die Schmerzen, die Traurigkeit, die Befürchtungen, die Zweifel, Hoffnungen, Sorgen, Ängste, Verwirrungen. Kurz, alle Regungen, durch die das menschliche Gemüt hin und her gezerrt wird. Die übrigen Teile der Schrift enthalten das, was Gott seinen Dienern aufgetragen hat, um es uns zu übermitteln. Hier jedoch rufen die Propheten, weil sie selbst mit Gott sprechen und alle ihre verborgenen Gedanken offenbaren, einen jeden von uns zur Selbstprüfung. Sodass keine der vielen Schwächen, die uns anhaften, keiner von den Fehlern, an denen wir auch so reich sind, verborgen bleibt. Also sie haben etwas sehr Überführendes, diese Psalmen, etwas Aufdeckendes. Und zugleich spricht Gott aber mit großen Verheißungen hier zu uns. Deshalb auch die breite Themenpalette. Wir haben auf der Rückseite dieses Zettels nochmal Arten von Psalmen aufgeführt. Und auch das ist nicht vollständig. Es gibt auch nicht die systematische Zusammenstellung aller Psalmen, weil die Kategorien nicht so deutlich sind. Man kann das nach unterschiedlichen Gesichtspunkten einteilen. Manches überschneidet sich auch. Aber hier haben sie wenigstens den Versuch von Benedikt Peters in seinem wunderbaren und sehr übersichtlichen Psalmenkommentar, wie er versucht hat, die meisten der Psalmen auf verschiedene Kategorien zu verteilen. Also es ist gewissermaßen alles dabei, das pralle, volle Leben. Und die Botschaft, die damit verbunden ist, lautet, die ganze Welt gehört unserem Vater. Die ganze Welt gehört unserem Vater. Und manchmal hatten wir zuletzt den Eindruck, als ob Gott seinen Psalter gerade für unsere Epoche der Geschichte hat schreiben lassen. Ich denke, das haben wir heute Morgen auch wieder so plastisch vor Augen geführt bekommen. Unsere Epoche, in die wir hineingeworfen sind und da nochmal ganz besonders auch jene Gattung von Psalmen, zu denen die Kapitel 3 bis 5 gehören. Heute Nachmittag 3 und 4 und morgen wollen wir dann den fünften Psalm miteinander ansehen. Hier in diesen Psalmen 3 bis 5 begegnen wir auch zum ersten Mal dem Dichter David, von dem, wie gesagt, etwa die Hälfte aller Psalmen stammen. Und wir treffen ihn in einer aufgewühlten, in einer bedrängten, in einer bedrohlichen Situation. Was den Reiz von Psalm 3 und Psalm 4 nochmal verstärkt ist, dass sie möglicherweise kurz nacheinander entstanden sind. Ich werde versuchen, Ihnen das zu zeigen. Innerhalb weniger Tage. In vielen Bibeln sind sie überschrieben als Morgenlied in böser Zeit, Psalm 3 und ein Abendgebet, Psalm 4. Das sind Überschriften, die von den Bibelherausgebern hinzugefügt worden sind. Aber es könnte passen. Nun könnte ein Schöpfungsabstinenzler, ein Hypertheoretiker oder einfach nur ein Strohtrockener, könnte sagen, was interessiert mich die Tageszeit dieser Gebete. Nun, der Bibel sind Tageszeiten wichtig. Und daraus hat sich sowohl im Judentum als auch dann in der christlichen Gemeinde ein sehr aufmerksamer Umgang mit den Besonderheiten von Abend und Morgen herausgebildet. Sodass wir das nicht alles über einen Schamm kehren, Kamm scheren können. Schauen Sie sich Liederbücher an. Dort finden Sie über einen Kamm scheren können. Schauen Sie sich Liederbücher an. Dort finden Sie Kategorie Abendlied, Kategorie Morgenlied. Und ich weiß, während unserer Studentenzeit, wenn wir dann manchmal Tagungen hatten, dass wir morgens ganz bewusst Morgenlieder gesungen haben und abends ganz bewusst Abendlieder. Morgen Glanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte. Schick uns diese Morgenzeit deiner Strahlen zu Gesichte und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Oder all Morgen ist ganz frisch und neu, des Herren Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Nun ruhen alle Wälder, viel Menschen, Städte und Felder. Es schläft die ganze Welt. Auf, auf, ihr meine Sinnen, auf, auf. Ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohl gefällt. Oder natürlich, der Mond ist aufgegangen. Die güldenen Sternlein prangen am Himmel heller und klar. Wäre mal interessant herauszubekommen, wer die sieben Strophen noch auswendig zusammenbekommt. Morgen und Abend, Teil der Schöpfung Gottes. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Psalm, Psalm 3. Und ich muss Ihnen Rechenschaft darüber ablegen, woran wir erkennen, dass das ein Morgenlied ist. Und deswegen, bevor ich den ganzen Psalm lese, verweise ich sie auf Vers 6. Da sagt David, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Also das ist ein Psalm, der offensichtlich geschrieben wurde, nachdem er die Nacht hinter sich gebracht hat. Und er sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Hurra, wir leben noch. Und wir gehen jetzt hinein in dieses Morgenlied, weil wir bei diesem Morgenlied, das ist ein guter Ansatzpunkt für unser Studium heute Nachmittag, weil wir bei diesem Morgenlied sehr genau erfahren, wann es entstanden ist und unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Und noch mal ein Verweis auf den Begleitzettel. Da haben Sie jene historischen Hintergründe, die für das Entstehen einzelner Psalmen mitverantwortlich sind. Also da sehen Sie, dass es doch etliche Psalmen gibt, von 3 bis 142, die als Hintergrund angegeben werden für ganz bestimmte Entstehungssituationen. Und den alttestamentlichen Text, in dem diese Situation dann ausführlicher beschrieben wurde, finden Sie rechts in dieser Kategorie. Also auch für Ihr Psalmenstudium hochinteressant, wenn Sie sich den Psalm vornehmen und einen Hinweis darauf bekommen, wo, in welcher Situation er entstanden ist. Und wir steigen jetzt ein, ich lese den ganzen Psalm. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Säla. Sagen wir gleich noch, was das ist. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Säla. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wieder mich lagern. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott. Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Daher kam das. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Das ist Psalm 3. Ich habe ihn gelesen nach Luther 84. Das ist eine recht gute Übersetzung dieses Psalms. Ich werde aber auch immer wieder auf einzelne Übersetzungen hinweisen. Wie wir im Psalm 2 gesehen hatten, dass die Führer der Menschheit gegen den wahren König rebellieren, so illustriert Psalm 3 jetzt diesen Aufruhr im Kleinen am Aufstand des Rebellen Absalom gegen seinen leiblichen Vater David. Und so beginnt dieses Morgengebet mit dem Hinweis auf die Feinde. Wir haben drei große Abschnitte, die ich versuche, auf dieser Gliederungsskizze darzustellen. Erstens die Feinde, das sind die Verse 1 bis 3. Dann zweitens sehen wir hier die Festigkeit und schließlich in den Versen 8 bis 9 das Flehen. Fangen wir an mit den Feinden. Was kann es Schlimmeres geben für einen Vater, als wenn sein Sohn ihm nach dem Leben trachtet und ihn aus dem Amt stürzen will? Deswegen lautet der Unterpunkt zu Vers 1 Intrige aus dem Inneren. Intrige aus dem Inneren. Ausführlich beschrieben wird diese Intrige in 2. Samuel 15. Wenn Sie das zu Hause nachstudieren, sollten Sie auf alle Fälle auch 2. Samuel 15 und 2. Samuel 16 lesen. Absalom war ja bereits einmal begnadigt worden, nachdem er seinen Halbbruder ermordet hatte, obwohl er in dem Zusammenhang noch nachvollziehbare Gründe hatte. Aber er hatte dann erneut Leute um sich gesammelt und sich in Hebron zum König ausrufen lassen gegen seinen Vater. Und das Volk fiel ihm zu. Das undankbare Volk, das den Segen der langjährigen Regierung David so schnell vergaß, das wetterwendische Volk, gestern noch Husianna und heute kreuzige ihn. Und dann wird dem alten König David diese Information hinterbracht in 2. Samuel 15, Vers 13 und 14. Jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. David aber sprach zu allem seinem Großen, also zu seinem Inner Circle, zu seinem Beraterstab, die bei ihm in Jerusalem waren, auf, lasst uns fliehen, denn hier wird keiner drinnen sein vor Absalom. Absalom eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreift und Unheil über uns bringt und die Stadt schlägt mit der Schärfe des Schwertes. Hier wird kein Entrinnen sein vor Absalom. Das ist vielleicht der bitterste Tag seines Lebens. Verraten von seinem Sohn, den er trotzdem liebte, wie wir später noch sehen werden. Verlassen von seinem Volk, das er ebenfalls liebte. Und hier flüchtet der König wie ein gestürzter Despot in ein provisorisches Nachtlager in Bahurim, einem Ort nicht weit entfernt von Jerusalem. Und hier in Bahurim entsteht dann vielleicht am frühen Morgen, nach der ersten Nacht, die er dort zugebracht hat, die erste Fassung dieses Psalmes 3. Ja, es ist bedrückend zu sehen, wie schnell die Massen umkippen, wie leicht sie zu manipulieren sind. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen in den Versen 2 bis 3, die Macht der Menge. Und das ist gewissermaßen das Pendant, die Entsprechung, das Gegenzustück, zu dem, was wir heute Vormittag über die Herrscher gehört haben, über die Drahtzieher. Und hier sehen wir jetzt auf der anderen Seite jene, ohne die das Werk der Drahtzieher gar nicht funktionieren könnte, nämlich die Masse, die Menge. Dreimal steht hier in Vers 2 und 3 das Wort viele. Wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich und viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. In diesem Frontbericht hieß es, jeder Mann, also das heißt die große Menge. Es ist erschreckend, wie schnell die Stimmung kippen konnte. Natürlich hatte Absalom lange daran gearbeitet und sein Intrigenspiel sehr gut vorbereitet. Und doch brauchte er die Willfährigkeit und die Blindheit der Menge, die sich in kurzer Zeit umbiegen lässt. Und David will offensichtlich ein Blutbad verhindern. Er sagt, wir müssen auch die Stadt schützen, bevor er die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Er will nicht einfach nur seinen eigenen Hals retten. Aber es ist schon bedrückend, dass wir hier dieses weitere Beispiel sehen für die Manipulierbarkeit der Massen, was ja ein Kennzeichen jeder totalitären Herrschaft ist. Das haben wir unter anderem auch von Hannah Arendt, der bedeutenden Totalitarismusforscherin und Autorin ja immer wieder dargelegt bekommen in ihren Untersuchungen. Dass Totalitarismus nur funktioniert, wenn die Masse in entsprechender Weise so konditioniert wird, dass sie das will, was sie soll. Und das Tempo einer solchen totalitären Entwicklung nimmt oftmals erschreckend schnelle Ausmaße an. Ich denke, wir können dazu einiges sagen nach den letzten zwei Jahren. Dietrich Bonhoeffer hat in einem anderen historischen Kontext auch darüber nachgedacht. Und er hat einen berühmten Text geschrieben, dazu einen kurzen Text, den ich hier nur in Erinnerung bringen werde. Ich will den jetzt nicht im Ganzen zitieren. Man sagt ja, die Geschichte wiederholt sich nicht. Das behaupte ich auch nicht, dass sich Geschichte zurzeit wiederholt. Aber man sagt, die Geschichte reimt sich. Und so manchen Reim auf das, was Bonhoeffer hier schreibt, können wir uns sicherlich nach den letzten zwei Jahren auch machen. Er sagt dort über die Masse, Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren. Es lässt sich bloßstellen. Es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt auch immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Und dann erklärt er, was er damit meint. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung und was Machtentfaltung, was Machtanhäufung einseitig auf der Seite der Exekutive bedeutet, haben wir ja zur Genüge erlebt in den letzten zwei Jahren, was eben auch zu dieser Schleifung zentraler Faktoren unseres Grundgesetzes geführt hat. Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art, braucht einen großen Teil der Menschen, dass sie einen großen Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. Und jetzt erklärt er, dass die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. Also ohne die Dummheit auf der einen Seite gibt es keine Macht auf der anderen. Der Vorgang ist dabei nicht der, dass bestimmte, also etwa intellektuelle Anlagen des Menschen plötzlich verkümmern oder ausfallen, sondern dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung und zu Bonhoeffers Zeit waren die Medien noch nicht so wirksame Kommunikationsmittel, wie sie es heute sind. Und sogar er schreibt das schon, dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung dem Menschen seine innere Selbstständigkeit geraubt wird und dass dieser nun mehr oder weniger unbewusst darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden. Und genau das haben wir erlebt. Darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und weiter das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, zeigt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist. Also nur wenn der Mensch von Gott befreit wird und an anderer Stelle sagt Bonhoeffer, dieser Dummheit kommt man nicht bei durch Belehrung, sondern nur durch Befreiung. Und wenden Sie das mal an auf die letzte Zeit, dann haben Sie hier reichliches Anschauungsmaterial. Und in gewisser Hinsicht erleben wir das hier bei der Masse, bei den vielen, die sich plötzlich gegen ihren König wenden, die ihn verhöhnen. In Vers 2, Ach Herr, wir sind meiner Feinde, so viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Er ist ein von Gott verworfener. Und unterwegs auf der Flucht beleidigt ihn ein gewisser Schimmi und wirft mit Steinen nach ihm und reißt alte Wunden wieder auf. 2. Samuel 16, Vers 7, wo es dann heißt, So aber rief Schimmi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann. Der Herr hat über dich gebracht, alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Das reißt alte Wunden wieder auf. Und Davids Begleiter wollen dem Bösewicht sofort den Kopf abreißen. Aber David weist sie zurecht. Und er sagt, lass ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Und damit sagt David, in gewisser Hinsicht, ist ein Körnchen Wahrheit an diesem Fluch. Und das ist sicher einer der Gründe, warum er nicht mit voller Kraft gegen den Aufstand vorgeht. Er war ja immer noch der König. Er hatte ja immer noch eine, wenn auch minimierte Truppe um sich. Aber dieser Schmerz, der in seinem Gewissen bohrte, was habe ich Uriah angetan? Was habe ich Batzeba gegenüber durch meinen Ehebruch an Schuld auf mich geladen? Ein Ehebrecher und ein Mörder. Ihn plagt noch das schlechte Gewissen, obwohl die Schuld vergeben ist. Obwohl er längst gebetet hat und Buße getan. Ja, und dann will er wegen seiner Person auch kein Blut vergießen unter den eigenen Leuten riskieren. Und so sieht er nur noch den Ausweg der Flucht, begleitet von seinen engsten Mitarbeitern, barfuß weinend mit verhöhltem Kopf, gedemütigt verlässt er Jerusalem, überquert den Bach Kidron, zieht am Ölberg vorbei, wo dann tausend Jahre später der große Davids Sohn auch seinen Leidensweg einschlagen wird. David wendet sich der Wüste zu, um dort abzuwarten, wie sich die Lage in Jerusalem entwickeln würde. Und hier taucht zum ersten Mal in den Psalmen dieser Hinweis Selah auf. Die Gelehrten diskutieren seit Jahrhunderten darüber, was das wohl bedeuten könne. Die wahrscheinlichste Lösung erscheint mir zu sein, und ich schließe mich da Delitsch an in seinem Kommentar, dass es bedeutet Emporheben. Es lässt sich auf einen Verbalstamm zurückführen, den man am ehesten besetzen kann, mit Emporheben. Und das heißt, musikalisch soll jetzt Pforte an die Stelle von Piano treten. Das taucht meistens bei den Davids Liedern auf, der etwas popularisiert, könnte man vielleicht sagen, Tusch. Die Instrumente sollen aufrauschend zusammentönen, das Orchester soll mit Karacho einfallen. So müssen Sie sich das vorstellen. Es ist immer eine gewisse Art von Verstärkung. Emporheben, Lautstärke aufdrehen, Orchester nochmal richtig zulegen. Und hier unterstreicht dieses Selah die Verzweiflung und die schreiende Not, in der der König steckt. Aber, dann tritt neben die vielen plötzlich der eine. Aber der Herr, du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Selah! Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Jetzt sind wir im zweiten Teil dieses Psalms, den ich überschrieben habe, mit dem Begriff Festigkeit. Woher kommt jetzt diese Festigkeit? Zunächst ein Bollwerk für Beter. Das ist Vers 4. Für den Beter wird jetzt Gott zum Bollwerk, zum Schutzschild. Du, Herr, bist der Schild. An dieser Stelle ist ein Schild beschrieben, das man im Nahkampf verwendet, das man gezielt in der Hand führte. Du bist der Herr, in dessen Schutz ich mich verteidigen kann. Ja, noch mehr, du bist meine Ehre, sagt David. Kabot! Und damit geht es David nicht darum, sein Selbstbewusstsein zu stärken oder sein Image aufzupolieren, sondern er sagt damit, du bist meine Ehre. Der Wert meines Lebens ist an dich gebunden, Gott. Du bist meine Ehre, wenn ich jemals wieder Autorität bekommen sollte unter meinem Volk, dann nur als jemand, der sich dir unterordnet. Du bist meine Ehre, in dir liegt sie, du allein kannst sie wieder herstellen. 1. Petrus 5 Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Diese Demütigung hatte David ja erfahren. Wie gesagt, gesenkenden Hauptes war er bei der Flucht in Ölberg hinaufgestiegen. Aber, Vers 4, Gott richtet sein Haupt wieder empor. So steht es hier. Hier ist kein Wort zufällig. Du hebst mein Haupt empor, und zwar ganz empor, bis zu Gottes heiligem Berge. Vers 5, und darum hat er jetzt Zugang zur Zentrale. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge Pforte. Zugang zur Zentrale. Schauen Sie, David war von seinem eigenen Zionshügel vertrieben worden, aber Gott sitzt immer noch im Regimente und führt alles wohl. Gott sitzt immer noch auf seinem heiligen Berge, in seiner Machtposition und kontrolliert alle Vorgänge. Und jetzt kommt alles darauf an, dass der gestürzte König, dem unstürzbaren König aller Könige, sein Schicksal anvertraut. Und diesen Zugang hat er, den Zugang zur Zentrale, zur Machtzentrale Gottes. Und er weiß, Gott ist in Control. Er wird souverän entscheiden, was gut für mich ist. Pforte! Das steht fest. Und später wird David dann erfahren, wie konkret Gott in diesen Stunden sein Gebet erhört hatte. Aus 2. Samuel 15, Vers 31 erfahren wir, dass er unterwegs betet, dass doch Gott den Rat Ahitophels verhindern möge. Sie müssen wissen, Ahitophel war quasi so der Chefratgeber im Königshaus. Und das war wirklich ein weiser Mann. Und dieser Ahitophel war auf die Seite Absaloms getreten. Und als David nun gesagt wurde, dass Ahitophel im Bund mit Absalom sei, da sprach er 15, Vers 31, Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zur Torheit. Etwas, was höchst unwahrscheinlich war, dass das jemals geschehen würde. Aber Gott erhört dieses Gebet. Gott erhört dieses Gebet. Absalom schlägt wieder erwarten den Rat Ahitophels aus. Was hat Ahitophel gesagt? Ahitophel hatte gesagt, so, dein Vater ist müde. Die Krieger mussten improvisieren. Sie machen sich jetzt auf den Weg. Du musst jetzt sofort nachsetzen. Du musst sofort mit deiner Truppe jetzt starten und ihn erwischen, bevor er zur Ruhe kommt. Noch in dieser Nacht. Du musst aufbrechen. Das war ein guter Rat gewesen. Aber Absalom schlägt diesen Rat aus, sofort aufzubrechen. Und dadurch gewinnt David den entscheidenden Vorsprung und eine ruhige Nacht auf der Flucht. Zugang zur Zentrale. Der flüchtende König war sich allein von seinem Herrn abhängig und darin gewinnt er die Freiheit zu strategischem Handeln. Also hier haben wir wieder das Ora et Labora Prinzip. Ja, bete und arbeite. David legt sein ganzes Schicksal völlig in Gottes Hände, was aber nicht bedeutet, dass er nicht zugleich im Schutz Gottes alle strategischen Möglichkeiten auslotet. Und dann schläft er. Wie uns Vers 6 sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Und David hatte einen guten strategischen Schachzug gemacht. Er hatte nicht alle seine Leute mitgenommen, sondern einen seiner Freunde, Huschai, hatte er gewissermaßen als U-Boot in der Jerusalemer Zentrale zurückgelassen. Der sollte ihn immer informieren. Man hat versucht, so ein Informationssystem zu etablieren. Und dieser Huschai hat dann dem Absalom genau den falschen Rat gegeben. Er hat gesagt, jetzt warte erst mal bis morgen, sammle in Ruhe deine Truppen. Du weißt, wie stark dein Vater ist. Du wirst ihn jetzt so in einer improvisierten Aktion nicht überwinden können. Sammle deine Truppen, schlaf noch eine Nacht und zieh dann los. Und Huschai wusste natürlich genau, dass das der falsche Rat war. Aber diesem falschen Rat hat Absalom geglaubt. Und so wurde Gottes Gebet erhört. Und David kann ruhig schlafen in dieser Nacht und er wird dann geweckt von Gott. Er wird dann geweckt von Gott. Das ist Vers 6. Geweckt von Gott. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Leute, auch der Schlaf zeigt natürlich unsere Abhängigkeit von Gott. Und dass David in dieser Abhängigkeit ruhen kann, ist ein Geschenk. Ja, wir können unseren Schlaf uns nicht selber nehmen. Wir können in der Regel auch nicht selber kontrollieren, wann wir aufwachen. Deswegen brauchen wir ja einen Wecker. Manche Leute können das, aber so aufzuwachen und sagen, ich wache morgen früh um 5.30 Uhr auf. Ich kann es nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass der Wecker oder Gott uns weckt. Jochen Klepper hat dieses Lied geschrieben. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir selbst das Ohr. Und Paul Gerhardt hat mitten im 30-jährigen Krieg gedichtet, als sie immer davon ausgehen mussten, dass in der Nacht irgendwelche Räuber eindringen in ihre Wohnung. Lobet den Herren alle, die ihn ehren. Das schreibt er am Morgen. Das ist ja ein Morgenlied, der unser Leben, das er uns gegeben in dieser Nacht so väterlich bedecket und aus dem Schlaf uns fröhlich aufgewecket. Lobet den Herrn. Das ist 30-jähriger Krieg. Und das ist Psalm 3, Vers 6. Er weckt mich auf, weil er mich beschützt. Und so dürfen wir auch immer wieder darum bitten, dass der Herr uns weckt und über uns wacht. Und so kann David dann frisch gestärkt seine Flucht fortsetzen. Das lesen wir in 2. Samuel 17. 17 dann also ungemein spannende Passagen, wo er dann mit seinen Leuten wieder weiter aufbricht. Von Bahurim geht es dann rauf nach Mahanaim. Und Gott erhört sein Gebet in einer Weise, jetzt schauen Sie mal, dass zwischen Vers 2 und Vers 7 in Davids Herzen ein drastischer Stimmungsumschwung passiert. Das sehen wir oft in dem Psalm, so eine Entwicklung. Es geht los mit tiefer Angst und Trauer und am Ende steht dann das Loblied. Wie hat er ja noch im Vers 2 gesagt, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe. Und was sagt er dagegen im Vers 7, nachdem er diese Nacht schlafen durfte, nachdem er den Herrn angerufen hatte, nachdem er ihm sein Anliegen anbefohlen hat. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wieder mich legen. Ja, da sagt er, das sind doch viele noch da. Aber lass sie sein. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden. Die Gefahr ist ja noch da. Er sagt nicht, naja, sie haben sich wieder verzogen und das sind ja doch gar nicht so viele, wie ich befürchtet hatte. Versteht ihr, Davids Tapferkeit, er wächst nicht daraus, dass die Gefahr vorüber ist. Und deswegen heißt der Punkt eben tapfer gegen Tausende. Davids Tapferkeit, er wächst nicht menschlich daraus, dass plötzlich das Problem offensichtlich gelöst ist. Er ist ja noch umzingelt von den Feinden. Die vielen sind ja noch nicht weniger geworden. Und es sind möglicherweise Zehntausende gewesen. Aber in Davids Herzen ist viel passiert. Der Herr hat ihm mitten in der Gefahr eine neue Festigkeit geschenkt. Er hat ihm Frieden im Herzen gegeben, trotz der Tausende und Abertausende, die er immer noch gegen sich hat. So wie John Knox gesagt hat, der schottische Reformator, One man with God is always in the majority. Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Und von diesem sicheren Port aus kann David dann ganz gezielt seine nächsten Gebetsanliegen an den Herrn formulieren. Ich erinnere an den nächsten Gebetstag, den wir vom Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe am kommenden Sonntag, den 27.03. wieder durchführen werden, auch bei uns und in ganz Deutschland, der Schweiz und wie wir inzwischen wissen, auch bis hin nach Spanien und in die USA und nach Paraguay und von wo überall wir Rückmeldungen bekommen durften. Also ich fasse zusammen. In Vers 4 bis 7 zeigt uns David zeugnishaft seine aktuelle Situation, wie Gott ihn bestärkt und wie Gott ihn bis zum heutigen Tage bewahrt hat. Die Festigkeit. Bollwerk für Beta, Zugang zur Zentrale, geweckt von Gott, tapfer gegen Tausend. Und das gibt ihm jetzt den Mut, den Herrn für die Zukunft ganz offensiv anzuflehen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt dieses dritten Psalms. Die Feinde, die Festigkeit, das Flehen. Es sind nur noch zwei Verse, aber die haben es in sich. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen. Komme über dein Volk. Selah. Also David bittet zunächst, man muss das so offen sagen, um zerschmetterte Zähne. Wir werden morgen noch mal darüber reden, weil es morgen noch ausführlicher erbeten wird, dass bestimmten Leuten eine bestimmte Grenze aufgezeigt wird. Und er bittet das mit einem ganz gezielten Wort. Er sagt, in manchen Übersetzungen steht nur auf. Da steht eigentlich wörtlich stehe auf, Herr. Da steht im Hebräischen das Wort kum. Und das bedeutet aufstehen. Und das ist sozusagen eine getroste Kampfansage gegen die Erhebung der Feinde. In Vers 2, da steht nämlich auch das Verb kum. Ach, Herr, wie sind meine Feinde so viel und erheben sich. Sie erheben sich gegen mich. Und jetzt in Vers 8 sagt er, und nun erhebe du dich bitte. Wenn die Feinde sich erheben gegen mich, allmächtiger Gott, erhebe du dich für mich. Erhebe dich bitte zu meinem Schutz. Das ist das gleiche Verb. Und damit stellt sich David gezielt in die Tradition von 4. Mose 10, Vers 35, wo wir eine ganz ähnliche Formulierung finden. 4. Mose 10, Vers 35, Und wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, steh auf! Lass deine Feinde zerstreut werden und alle, die dich hassen, flüchtig werden vor dir. Herr, steh auf! Und wenn die Lade gewissermaßen symbolisch aufgenommen wurde, hat dann Mose das zum Anlass genommen, darum zu beten, dass auch der Herr aufstehen möge, in dem Sinne, dass er sich jetzt in besonderer Weise dieser Situation annehmen wolle. Das ist eine Formulierung, die wir immer wieder in den Psalmen finden, 7, 7, 9, 20, 10, 12 und öfter. Herr, erhebe dich. Und damit betet David darum, dass Gott zum Gericht kommen möge. Herr, komme zum Gericht und wehre dem Bösen. Und darin enthalten, als logische Konsequenz, ist dann auch die Bitte und die gewisse Erwartung, dass die Feinde von Gottes Leuten und dass die Feinde von Gottes Beauftragten in ihrem zerstörerischen Tun gehindert und gebremst werden. Und hier klingt nun bereits zum zweiten Mal dieser warnende Ton an, den wir schon heute Vormittag hören durften im Psalm 2. Eberhard Dahm hat uns das ja vor Augen geführt, wo die Richter und die Herrscher gewarnt werden. Wo sie gewarnt werden und wo Gott sagt, seid verständlich, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen aber, die auf ihn trauen. Und genau dieser Ton begegnet uns auch hier wieder, der warnende Ton. Und dann diese Aussage auf die Backe schlagen, das heißt, jemanden demütigen, darum geht es eigentlich, jemanden zu demütigen, wenn man jemanden auf die Backe schlug, ihn seiner Autorität zu entkleiden. Herr, mache deutlich, dass sie keine Autorität haben, dass diese Aufrührer gegen das Recht und gegen die Wahrheit gehandelt haben und gegen deinen Willen gehandelt haben und gegen ihre Verantwortung für das Ganze und für das Volk gehandelt haben. Mach es deutlich, Herr und mache sie unschädlich. Wir kennen alle den Ausdruck vom zahnlosen Tiger und darum geht es eigentlich. Die Zähne sollen zerschmettert werden, damit sie nicht mehr beißen können, damit sie nicht mehr zubeißen können. Zerschmettere ihre Zähne, lähme sie, mache sie zu zahnlosen Tigern, dass sie keinen Schaden mehr anrichten mögen. Und neben diese Bitte um zerschmetterte Zähne tritt dann die Bitte um eine geheilte Gemeinschaft. Das ist der letzte Vers. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Und das ist sehr bewegend in dieser Situation. Denn David betet für das Volk, das ihn gerade mit Schimpf und Schande davon gejagt hat. Und hier sehen wir wieder, es geht ihm nicht um seinen eigenen Hals, sondern es geht ihm um Gottes Segen für sein Volk, dass Gott ihm anvertraut hat und dass er immer noch liebt. Und deswegen hat er ja schon am Anfang gesagt, wir wollen kein Blutbad in der Stadt. Lieber flüchten, als zu riskieren, dass hier alles kurz und klein geschlagen wird. Und deswegen wollte er auch keine strategische Instrumentalisierung der Bundeslade. Das ist auch noch eine total spannende Szene. Da hatten seine Mitarbeiter Folgendes angeboten. Der Priester Zadok kam zu ihm, als alles in dieser Fluchtbewegung war. 2. Samuel 16, Vers 25. Aber der König, der sagt, lass uns die Bundeslade mitnehmen. Dann sind wir geschützt und wir lassen denen hier nicht diesen Autoritätsposten, dieses Autoritätssymbol. Und was hat David da gesagt? Bringe die Lade Gottes, 2. Samuel 16, Vers 25, bringe die Lade Gottes in die Stadt zurück. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Spricht er aber, ich habe keinen Wohlgefallen an dir, siehe, hier bin ich. Er macht es mit mir, wie es ihm wohlgefällt. David legt wirklich sein Schicksal, auch als Herrscher, völlig in die Hände des Heiligen Gottes, in dessen Auftrag er König geworden ist. Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne Herr dein Erbe. So ähnlich formuliert er es auch in Psalm 28, Vers 8 und 9. Denkt an Paulus, der seine Leidensgeschichte in 2. Korinther 11 beschreibt. Und was ist dann das Schlimmste, was zu allem noch gewissermaßen on top dazukommt, nachdem er seine Drangsalierungen, seine Folterungen, seine Schiffbrüche geschildert hat, dann sagt er, und dazu die Sorge um die Gemeinden. Und genau das sehen wir hier bei David, die Sorge um das Volk, die Sorge um die Gemeinde. Darum geht es ihm. Möge es auch uns immer darum gehen. Und nachdem Absalom nun das Volk in einen inneren Bürgerkrieg geführt hat, nachdem er es zerrissen hat, nachdem er alles kurz und klein zu schlagen versucht hat, was da war, kämpft David um die Einheit des Volkes. Und das große Ziel, das über die Zerschlagung der Feinde und über die Einung des Volkes noch hinausgeht, ist was? Rettung. Und das ist eigentlich das entscheidende Wort hier. Das taucht dreimal auf. Da steht in meiner Luther-Übersetzung immer, hilf mir. Das steht in Vers 3. Er hat keine Hilfe bei Gott, sagen die Feinde. Und David erwidert dann in Vers 8, stehe auf Gott und hilf mir. Und nochmal in Vers 9, bei dem Herrn findet man Hilfe. Da steht im Hebräischen das Wort Jeshua. Da steht Rettung. Da steht eigentlich wörtlich Rettung. Das Wort, aus dem dann auch Joshua und Jesus und so weiter entwickelt wurde. Also, darum geht es. Es geht um Rettung in den Psalmen. Herr, rette mich. und rette das Volk. Und rette bedeutet nicht einfach nur, lass uns nochmal davon kommen, sondern rette uns zu dir hin. Rette uns unter deinen Schutz. Rette uns in deine Ewigkeit. Rette uns, dass wir deinen Frieden haben. Und nochmal an dieser Fürbitte, in die Davids Flehen hier mündet, wird überdeutlich, dass diese Verse nicht dadurch entstehen, dass der vertriebene König sich von Rache-Gedanken mitreißen lässt. Ganz im Gegenteil. Delitzsch hat das sehr fein ausgedrückt in seinem Kommentar. Er schreibt, David denkt dabei, also wenn er hier um Rettung fleht, Jeshua, hilf mir zunächst an seine eigene Heilsbedürftigkeit. Er wusste, dass er Vergebung der Sünde braucht. Er wusste, dass er unter dem gerechten Urteil Gottes stand. Er wusste das. Aber als ein rechter König kann er vor Gott nicht seiner selbst gedenken, ohne sich mit seinem Volk zusammenzudenken. Und darum bittet er dann für sie. Und seine Impräkationen, sagt Delitzsch, also quasi seine Verwünschungen, seine Bitte um Richten Gottes, richten sich nicht gegen sein Volk, sondern gegen dessen Verführer und ihre böswilligen Partisane. Sein Volk, Klammer auf, das sich so übel hat mitreißen lassen und sich zur Masse machen lassen, Klammer zu. Sein Volk trägt er nach wie vor auf liebenden, fürbittenden Herzen. Die Verführten bedauert er, ohne ihnen zu grollen. Überhaupt verschwinden ihm, indem er für das Volk als Ganzes betet, die Unterschiede. Das Schlusswort dieses Psalms wirft einen hellen Schein in das Tiefste der edlen Seele. Zitat Ende. Das ist schön formuliert von Delitzsch. Und ich habe mich gefragt, wir werden vielleicht morgen noch mal darauf zurückkommen, Wie begegnen wir innerlich einem Volk, auch unserem Volk, das sich in weiten Teilen selber zur Masse degradiert. Wie begegnen wir einem Volk, das den Verführern und böswilligen Partisanen, wie Delitzsch sie nennt, willig folgt. Wie begegnen wir den Mitchristen, deren Verhalten uns erschreckt, weil wir den Eindruck gewinnen, sie verstehen nicht ansatzweise, was um uns herum passiert. Kennen wir das Mitleid unseres Herrn, der um die trauerte, wie Schafe waren, die keinen Hirten hatten, obwohl sie einen hätten haben können. So jedenfalls ist David gerüstet für den neuen Tag, der ihm wieder schwierige Entscheidungen abverlangen wird und an dem eine weitere Bedrohung auf ihn warten wird. Und ich hoffe, wir können jetzt auch in die Pause gehen und sind dann ebenfalls gerüstet für die Herausforderung des zweiten Teiles. Und wir wollen jetzt von Psalm 3 zu Psalm 4 voranschreiten. Wir können die zeitliche Abfolge nicht exakt berechnen. Also da war der Fluchttag. Möglicherweise am Morgen nach dem ersten Fluchttag ist dann dieser Psalm 3 entstanden. Dann am Morgen der Aufbruch. Ziemlich früh. Wie wir erfahren aus 2. Samuel von Bahurim nach Mahanaim. Dort wird dann ein neues Lager aufgeschlagen. 2. Samuel 17, 24. Und von hier aus erwartet man dann mit dieser kleinen Truppe den Angriff Absaloms. Irgendwann wird er ja kommen. Das weiß man. Und sie folgen eben dort dem Zeitplan des Husai, den er trickreich ihnen nahegelegt hatte. Und während sie dort warten, gibt es noch eine ganz erfreuliche Unterstützung durch einen Schobi. Also nicht durch einen Schobi, sondern durch einen Schobi. Das ist 2. Samuel 17, Vers 27. Das wird David auch gerührt haben. Als aber David nach Mahanaim gekommen war, da brachten Schobi, der Sohn des Nahasch von Rabat Amon und Machir, der Sohn Amihels von Lodabar und Baxilei, ein Gileaditer von Rocklim, Betten, Becken, irdene Gefäße, Weizengerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Kuh und Schafskäse, um David und das Volk, das bei ihm war, zu stärken. Denn sie dachten, das Volk wird hungrig, müde und durstig geworden sein in der Wüste. Was für ein Liebesdienst, dass sich da ein paar Brüder zusammentun und eine ordentliche Verpflegung zusammenstellen, um sie dort zu stärken. Auch das wird ihnen gut getan haben. Und nun warten sie dort auf den Angriff, der kommen wird. Und an einem der Abende vor der Entscheidungsschlacht, vielleicht an dem Abend vor der Entscheidungsschlacht, das wissen wir nicht genau, dürfte dann dieses Abendgebet entstanden sein, das wir jetzt noch miteinander lesen wollen. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Seitenspiel. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Und sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Alte so lieb und die Lüge so gern? Selah! Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zirnet ihr, so sündigt nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Selah! Opfert, was Recht ist und hoffet auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Psalm 3 und Psalm 4 eng zusammengehören. Es wird in beiden Psalmen ausdrücklich auf den Schlaf des Protagonisten, des Beters verwiesen. Also in 4, 9, in 3, 6 hatten wir gesehen. Und es werden in beiden Psalmen auch, das ist sonst nicht so in der Weise, in dem Psalm der Fall in wörtlicher Rede Einwände der Gegner oder auch der Zweifel zitiert. Also in 4, 7 viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Und in 3, 3 diese Verwünschung, er hat keine Hilfe bei Gott. Das ist auch so eine strukturelle Verbindungslinie zwischen diesen beiden Psalmen, die es nahelegt, wie Delitz folgert. Und ich halte das für absolut, ja, stimmig, doch diese beiden Psalmen in einem engen Zusammenhang zu lesen und zu verstehen. Also wenn das so ist, dann haben wir guten Grund, die historische Einbettung von 3, 1 auch auf Psalm 4 eben anzuwenden. Und dann ist das hier eben das Abendgebet. Und ich habe es genannt, das unterbrochene Abendgebet, wie man dennoch getröstet einschläft. Sie finden auch da wieder die Gliederung. Und wir hören zunächst dort das Gebet gegen das Grauen. Das sind die Verse 1 bis 2. Dann eingeschoben, das Gespräch mit den Gegnern. Und am Ende sehen wir, wie er geborgen ist in Gottes Gegenwart. Erstens also Gebet gegen das Grauen. Und das beginnt mit, ja, einem Lied in der Nacht. Und dass es ein Lied ist, merken wir eben wieder am 1. Vers, einem Psalm Davids, vorzusingen beim Seitenspiel. Das ist hier zum ersten Mal dann so formuliert. Hier keine historische Einordnung zu Beginn des Psalms, sondern eine musikalische Anweisung. Man übersetzt das am besten mit vorzusingen, ist wörtlich eigentlich, besser zu übersetzen, mit dem Vorsänger oder dem Dirigenten, dem Tempelmusikmeister. Also die Anweisung jetzt, das ist entsprechend liturgisch, musikalisch umzusetzen. Mit Seitenspiel, so lässt sich dann das Nächste übersetzen, beim Seitenspiel, mit Seitenspiel. Ein mehrseitiges Instrument ist da vorauszusetzen, das Plural, das Wort an der Stelle, vielleicht Harfe und Lyra als eine Art Orchester und das Ganze als Psalm Davids. Und damit wird dieses persönliche Gebet, das werden wir morgen auch noch mal sehen, bewusst wieder als Zeugnis zur Verfügung gestellt, eben weil die Erkenntnisse, die David in dieser persönlichen Situation geschenkt wurden, weit über die persönliche Situation hinausreichen und Gott dafür gesorgt hat, dass sie auf diese Weise zugleich sein Wort an uns sind, eine Einladung an uns, uns selbst in dieses Gebet hineinzustellen und selbst in dieses Gebet hineinzubeten. Ich kann das nur sehr empfehlen, am Ende eines Tages, der uns möglicherweise das Herz schwer gemacht hat oder am Ende eines Tages, wenn man froh ist, noch mal so in die Nacht abzutauchen und weiß, morgen kommt diese schwere Begegnung, diese schwere Verhandlung, diese schwere Klausur, dieser schwere Gang, diese große Herausforderung. Dann kann ich nur empfehlen, dieses Gebet vor dem Einschlafen zu ihrem eigenen, zu deinem eigenen Gebet zu machen. Es ist, als ob Gott uns dieses Gebet, wie auch andere Gebete aus dem Psalm, wie einen offenen Mantel hinhält, in den wir hineinschlüpfen, in den wir uns bergen können. Und gleich im nächsten Vers hören wir dann einen Befreiungsschlag aus der Enge, einen Befreiungsschlag aus der Enge heraus. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Der du mich tröstest in Angst, das kann man eigentlich wörtlich übersetzen, als Bitte, in Bedrängnis mache mir Raum. So kann man das wörtlich übersetzen. In Bedrängnis mache mir Raum, Benedikt Peters übersetzt es als Bitte, Delitsch übersetzt es als eine Tatsache, ja, als einen Dank, der du in Drangsal mir Weite schaffst. In Bedrängnis mache mir Raum, der du in Drangsal mir Weite schaffst. Die Situation ist sehr klar auf diese Weise. Not schnürt ihm die Kehle zu. Not nimmt jeglichen Bewegungsspielraum, sperrt uns ein. Und Gott will uns Luft zum Atmen schaffen. Gott will uns eine neue Bewegungsfreiheit mit diesem Psalm schenken. Er will Ketten aufsprengen und verrammelte Türen aufreißen. Und David vertraut darauf, dass es gut gehen wird, weil es auf Gott ankommt und weil sein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Er höre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. Er hofft auf Erhörung, weil er sagen kann, Gott meiner Gerechtigkeit. Und das heißt, meine Gerechtigkeit hängt an Gott. Er ist der Gott meiner Gerechtigkeit. Von seinem Urteil hängt alles ab, ob ich in seinen Augen gerecht bin. Er ist der Gott meiner Gerechtigkeit und ich bin nicht der Hüter meiner eigenen Gerechtigkeit und auch nicht der Schmied meiner eigenen Gerechtigkeit. Das ist nicht normal. Das ist nicht selbstverständlich. Denn normal und selbstverständlich ist, was in Psalm 14 steht, das gilt für alle Menschen. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott, sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, also so die Menschheit, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage, aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, dass keiner der Gutes tue. Das kommt ihnen bekannt vor, weil es nicht nur in Psalm 14 steht, sondern auch in Römer 3. Als Paulus so die Gesamtanalyse der Menschheit vornimmt, da zitiert er Psalm 14, Vers 3, ein Psalm Davids, das wusste David natürlich auch und trotzdem sagt er in unserem Psalm, Gott meiner Gerechtigkeit, warum hat er diese Hoffnung? Ja, weil er noch weiterbeten kann, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig. Das ist das Geheimnis. Darauf ruht seine Gewissheit. Das gründet seine Hoffnung sehr, sehr fest, nämlich Gottes Gnade, dass Gott ihm gnädig ist und ihm deshalb Gerechtigkeit zuspricht, die er, weil Psalm 14 war es, in sich nicht hat. Und David ehrt Gott durch diese innige, intensive Bitte. Herr, erhöre mich. Gott meiner Gerechtigkeit, erhöre mich. Und so wird dieses Gebet zum Befreiungsschlag in innerster Bedrängnis. Und an der Stelle wird das Gebet dann plötzlich unterbrochen. Kennen wir das? Wie in unsere Gebetsstille dann die Gedanken und Konflikte hineinstürzen? Wir wollen uns konzentrieren und dann geht das Kopfkino los. Wie wir in Gedanken dann manches Gespräch führen? Vielleicht manche Diskussion? Manches Streitgespräch? Mein Rat wäre, nimm das mit ins Gebet hinein. Bring es vor Gott. Sag dem Herrn, Herr, du hast gehört, wie übel der mich angegriffen hat. Du hast gehört, was Unmögliches der behauptet oder über mich geschrieben oder gesagt oder sonst was hat. Nimm es hinein in das Gebet. Und David stellt ja sein Gebet später öffentlich zur Verfügung, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Und dadurch können das die Widersacher hören, bis heute. Und auch seine Widersacher möglicherweise, sofern sie noch lebten, konnten es dann nachlesen. Und für uns ist es eine Hilfe, denn wir bekommen eine Einordnung hier, in welchem Licht wir die Widersacher betrachten und bewerten sollen und auch unsere Widersacher betrachten und bewerten sollen und in welcher Haltung wir ihnen begegnen sollen. Und deswegen dieser Einschub, das ist fast wie ein Exkurs, das Gespräch mit den Gegnern. Ab Vers 3. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitel so liegt und die Lüge so gern? Selah! Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe, zürnet ihr so Sündige nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Selah! Also zunächst sehen wir hier, das darf in unser Gebet mit hineingenommen werden. David hat das später nicht redigiert. Er hat nicht gesagt, passt nicht so zum Gebet, ich nehme das weg und lasse dann Fortsetzung unmittelbar folgen mit Vers 7 oder so. Das hat er nicht gemacht, er hat das so drin stehen lassen. Und das sagt uns noch etwas für unser Beten. Es sagt uns nämlich, wir müssen nicht erst in andächtiger Stimmung sein, um in das Gebet einzutreten. Mancher meint, er muss erst mal so den richtigen Mut haben. Also nicht Mut, sondern Mut. Also dass man so in Stimmung ist, dass man so besinnlich ist, dass man sich so ein bisschen fromm fühlt und dass man dann so ins Gebet eintritt. Aber hier sehen wir genau das Gegenteil. Wir müssen nicht in andächtiger Stimmung sein, um ins Gebet einzutreten, sondern wir werden oft erst durch das Gebet in die Andacht hineingeführt. Und manchmal kommen wir mit unserem ganzen Aufgewühltsein ins Gebet. Und manchmal werfen wir uns vielleicht auf die Knie vor Verzweiflung oder Zorn oder Unruhe und knien dann vor dem Herrn und hauen ihm dann die Sachen hin und sagen sie ihm und führen dann vielleicht noch innerlich Gespräche mit den Gegnern. Aber wir dürfen so kommen. Wir dürfen so kommen. Und dann das Zweite, das Gespräch mit den Gegnern. Wer sind die Herren? So hat das Luther übersetzt. Das ist eine sehr treffende Übersetzung. Wörtlich könnte man übersetzen das als Männersöhne. Also das sind die Bene Isch. Also es gibt einerseits Menschen, Kinder. Das ist so die allgemeine, die Menschheit. Das sind die Bene Adam, die Söhne Adams. Und hier sind es die Bene Isch, also die Söhne des Mannes. Das deutet eher auf Leute, die ein bisschen herausgehoben sind aus dem allgemeinen Volk durch ihre Stellung. Delitsch vermutet, dass das so eine Art aristokratische Partei sein könnte, die mit Absalom gemeinsame Sache machte, was auch seinen schnellen Erfolg erklären würde. Also jedenfalls sind das Strategen, die hinter ihm gestanden haben und die mit daran gearbeitet haben, den alten König abzusägen. und es begegnet hier im Vers 3 das Gift der Verleumdung. Das ist das Erste, auf das David zu sprechen kommt. Das Gift der Verleumdung. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Lüge ist ein großes Thema in dem Psalm. Wir werden morgen noch mal darauf zu sprechen kommen. Die Macht der Lüge. Die Liebe zur Lüge. Wir haben auch von Ebert Darm heute Vormittag darüber etwas gehört. Ein häufiger Begriff in dem Psalm, wie gesagt, morgen noch mal eine Fortsetzung. Wir wissen, dass wir auch im öffentlichen Bereich sozusagen eingewoben werden von Lügen. und wenn Sie das studieren wollen im Hinblick auf die aktuelle Situation, empfehle ich Ihnen eine relativ neue Homepage, die ist wieder von den Schauspielern gemacht, die alles auf den Tisch und alles dicht machen, geschrieben haben und jetzt kommen Sie wieder mit einer ironischen Formulierung www.dankefüralles.de www.dankefüralles.de und Sie danken ironisch den Regierenden vor allem dafür, dass sie ihre Versprechen so großartig eingehalten haben und dann werden in vielen kleinen Filmen einfach, diesmal reden nicht die Schauspieler, sondern die Staatsschauspieler, Entschuldigung, diesmal reden die Politiker größtenteils und sie werden einfach in Interviews oder öffentlichen Reden zitiert. Da finden Sie dann ein Zitat von dem Bundeskanzler, wie er sagt, wir werden keine Impfpflicht einführen und dann finden Sie montiert, daran gehängt, ein anderes Zitat, wo er sagt, ich habe immer gesagt, dass wir eine Impfpflicht einführen werden, also eine Doppellüge gewissermaßen, erst zu sagen, dass man keine Impfpflicht einführt und dann zu sagen, dass man nie gesagt hätte, dass man keine Impfpflicht einführt und in dieser Weise sind diese Filme aufgebaut und sie ändern meistens mit einem herzlichen Dankeschön, dass am 20.03. jetzt Freedom Day ist, auch so ein Versprechen und Sie beruhigen die Politiker aber mit dem Hinweis, von jetzt an können wir wieder selber auf uns aufpassen. Also schauen Sie sich das mal an, www.dankefüralles.de und dann haben Sie ein Beispiel für das, was Lüge ist. Hier handelt es sich um die Mitverschwörer Absaloms und der Begriff deutet auf Leute, die aus dem allgemeinen Volk, wie gesagt, hervorgehoben sind, eine gewisse Verantwortung haben und sie tun nun alles um den beseitigten König, wir würden sagen, zu delegitimieren, ihn zu entehren, indem sie Lügen verbreiten, in dem Fall um seine Ehre und seine Integrität zu beschmutzen, in der Hoffnung, dass genug hängen bleibt. Warum? Um die Rebellion zu rechtfertigen. Man braucht ja einen moralischen Grund. Man braucht ja einen R-Wert, man braucht Inzidenzen, man braucht Gründe und wenn man Gründe sucht, dann findet man Gründe, so auch bei David, in der Hoffnung, dass irgendetwas hängen bleibt und natürlich weiß David auch, dass er ihnen durch die Katastrophe mit Uriah und Bad Seba auch gewisse Argumente geliefert hatte, aber den Gegnern geht es nicht um die Verbesserung der Moral, sondern um die Verbesserung ihrer eigenen Macht und weite Teile des Volkes lassen sich wie Stimmvieh einfach mitschleifen und David, ja, David weiß sich von Gott durchschaut, aber er weiß sich auch vergeben, er weiß, dieser Gott ist der Gott meiner Gerechtigkeit aufgrund seiner Gnade und deshalb hat er hier jetzt die Freiheit, ihre üblen Verleumdungen zurückzuweisen. Er sagt, ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Es ist nicht wahr, was ihr hier sagt. Eure Ränkespiele sind sehr leicht durchschaubar. Wahrheit ist Wahrheit und Lüge ist Lüge. Und das muss auch in einer öffentlichen Auseinandersetzung gesagt werden, so wie wir es auch heute Vormittag gehört haben. Und David nennt die Sünde beim Namen und er fügt dann einen Tusch, ein Pforte, ein Selah hinterher. Es ist interessant, dass Augustinus, der Kirchenvater, in seinen Confessiones sich auf diesen Vers hier bezieht, der nach seiner Bekehrung ihn besonders bewegt hat. Ich möchte Ihnen nur dieses kurze Zeugnis von Augustin vorlesen. im neunten Buch seiner Confessiones, da schreibt er über diesen vierten Psalm, ich schauderte in Furcht und an den gleichen Worten erglühte ich in Hoffnung über deine Erbarmung, Vater. Und dies alles brach hervor in meinen Augen meiner Stimme, da ich las, wie dein guter Geist sich so an mich wandte, ihr Männersöhne, wie lange noch verstockt im Herzen, was liebt ihr die Nichtigkeit und geht der Lüge danach. Das war es ja, die Nichtigkeit hatte ich geliebt und der Lüge war ich nachgegangen und du, Herr, hattest bereits deinen Heiligen erhöht, da du ihn doch von den Toten auferweckt und zu deiner Rechten gesetzt hattest. Und nun macht Augustin etwas hochinteressantes, er bezieht nämlich, und damit kommen wir zu Vers 4, den Heiligen nicht auf David, nicht auf die Beter, die dann diesen Psalm übernehmen, sondern auf Christus. die Gabe des Frommen, der Fromme, der Chassid, wie es dort steht, der uns gegeben ist. Und jetzt ist die spannende Frage, wer ist damit wirklich gemeint mit diesem Chassid? Auch Schlachter spricht von dem Getreuen, also es ist erstmal Singular, Einzahl, man kann das auch übersetzen als ein Geliebter, also als jemand, an dem Gott wohlgefallen hat. Und deswegen ist es nicht abseitig, wenn Augustinus und auch Benedikt Peters darin einen Hinweis auf den Messias sehen. Ich muss sagen, ich war immer davon ausgegangen, dass hier David gemeint ist und sozusagen die Gemeinde der Beter, aber es hat etwas für sich, worauf Augustinus, Benedikt Peters und andere abheben. Es gibt auch dann einen Sinn, zu sagen, erkenne doch, dass der Herr, es ist sowieso Singular da der Chassid, seinen heiligen wunderbar führt. Es gibt einen Messias und den führt er und durch den wirkt er und darum kann ich um so gewisser sein, dass er mein Gebet erhört. Weil es diesen Chassid gibt, darf ich umso fester mit Gottes Erhörung rechnen, denn dieser Chassid, dieser Messias, er wird zusammenbringen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Und dann hätten wir die Logik dieses bekannten Liedes von Manfred Siebald, du hast ein Recht darauf, mit Gott zu reden, du hast ein Recht darauf, dass er dich hört, es gilt für dich, für mich, es gilt für jeden, das Recht darauf hat Jesus uns beschert. Weil der Chassid da ist, weil der Herr ihn wunderbar führt, weil der Chassid Gerechtigkeit und Gnade zusammenbringt, darum dürfen wir beten, darum beten wir im Namen des Chassid, wir beten im Namen Jesu. Kurze Zwischeninformationen, David hatte schon Kenntnis von Jesus, wie Abraham, der ja noch tausend Jahre früher war, aber schlagen Sie bitte einmal kurz mit mir Apostelschichte 2, 30 auf. Das ist die Pfingstpredigt von Petrus und Petrus sagt es dann ganz eindeutig in Vers 30, dass David ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme vor ihm auf seinem Thron sitzen sollte. Und davor zitiert Petrus Psalm 16. Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, also ab Apostelschichte 2, 25, der dann da hinein mündet, du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und hier sagt Petrus, ist schon angekündigt, dass der Messias auferstehen und den Tod besiegen wird. Und dort wird der Messias, der die Verwesung nicht sieht, wie genannt, Chassid. Also in Vers 16 steht dasselbe Wort Chassid wie hier in Vers 4. Und das ist ein weiteres Argument dafür, dass hier in Vers 4 Jesus gemeint sein kann. Es eine große Wahrscheinlichkeit gibt. Also nochmal, Petrus sagt, David kannte Christus und schreibt über Christus. Petrus bringt als Beleg Psalm 16, wo von der Auferstehung die Rede ist und da wird über den Christus geredet als über den Chassid. Und das ist dasselbe Wort wie jenes, was wir hier in Kapitel 4, Vers 4 finden. Und deswegen denke ich, ist das die wahrscheinlichste Auflösung. Gott selbst bezeichnet sich einmal mit dem Begriff Chassid, nämlich in Psalm 145, Vers 17. Und das heißt jetzt, der Verleumdung der Feinde hält David den Messias entgegen. Und darum ist er gewiss, dass sein Gebet erhört wird. Und darum haben wir hier dann, und jetzt kommen wir zurück, in Vers 4b zum ersten Mal diesen Triumphton. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe, weil da der Chassid ist, der für meine Gerechtigkeit sorgt. Klammer auf, damit ist die traditionelle Übersetzung nicht durchgestrichen. Es ist auch weiterhin möglich, dass David hier von sich selbst und allen Heiligen spricht. Dann könnte man sagen, weil es den Chassid gibt, werden auch wir, die zu diesem Chassid gehören, die wir durch ihn Heilige werden und die wir einmal durch das Evangelium zu Gottes Kindern werden, werden auch wir gut geführt. Und wir wissen, dass der Herr auch uns wunderbar führt, weil er den Chassid wunderbar führt und weil wir zum Chassid gehören und so wird er unsere Gebete erhören. Also, die Antwort auf das Gift der Verleumdung ist die Gabe des Frommen, die Gabe des Chassid. Und nun hat David eine Basis und von dieser Basis aus kann er dann seine Gegner in die Schranken weisen und das geschieht in Vers 5. Das ist der Grund zum Mundhalten, den er jetzt seinem Gegner vorhält. Da sagt ihr, zürnet ihr, so sündigt nicht, redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Zähler. Das heißt, weil wir die Gabe des Frommen haben, haben die Gegner Grund zum Mundhalten. Tusch, dann hinterher, ja. Und dann fügt David hinzu, hütet euch, dass ihr euch in eurem Zorn nicht versündigt. Hütet euch, hütet euch. Und Paulus greift diesen Vers dann auf und wendet ihn auf die Christen an in Epheser 4, Vers 26, wenn er sagt, wenn ihr zürnet, dann sündigt nicht. Damit macht Paulus deutlich, es gibt auch eine Form von Zorn, die nicht Sünde ist. Nur wenn wir zürnen, es gibt auch heiligen Zorn, dann müssen wir umso mehr darauf achten, dass nicht sozusagen unsere niederen Emotionen mit uns durchgehen. Zürnet ihr, sagt Paulus, es mag ja angemessen sein, es mag auch heiliger Zorn sein, aber dann sündigt nicht. Achtet auf eure Motive. Hier, ursprünglich, hält es David den Gegnern entgegen und sagt, auf Deutsch gesagt, haltet den Mund. und er fügt dann hinzu, das ist dann schon wieder seelsorgerlich, redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Das heißt, denkt in Ruhe darüber nach, auf eurem Lager, also jenseits der Öffentlichkeit. Geht in euch, prüft das, denkt in Ruhe darüber nach und jetzt haltet mal den Mund, ob das wirklich, ob das wirklich richtig ist, was ihr getan habt, ob diese Vorhaltungen wirklich der Wahrheit entsprechen, ob eure Motive wirklich sauber sind. Haltet den Mund und redet mit eurem Herzen auf euren Lagern und passt auf, dass ihr euch nicht noch tiefer in eure Sünde hineinreitet. Und damit beweist David wie schon im Psalm 3, dass er nicht einfach eigensüchtig sein Mütchen kühlen und seinen Rachedurst stillen will, sondern dass er immer das Ziel im Auge behält, das zerspaltene Volk wieder zu einen. Es ist wirklich ein hoch bewegender Blick in seine eigene Integrität bei allem, was da auch war in seinem Herzen. Aber es war eben auch dies hier und er ist nicht umsonst von Gott benannt worden als, ja, ein Mann, ein Mann nach Gottes Herzen, obwohl er auch genügend Schuld auf seinem Kerbholz hatte. Wenn wir an das Königsgesetz, das können wir jetzt nicht im Einzelnen uns anschauen, in 5. Mose 17 denken, wo ganz bestimmte Kriterien benannt werden, die für den König wichtig sind. Ich will nun mal den Anfang davon vorlesen. 5. Mose 17 Abvers 14. Das müssen Sie dann nochmal für sich in Ruhe studieren, aber schreiben Sie sich die Stelle dazu. Abvers 14, das Königsgesetz. Und da heißt es über den König Abvers 16, nur dass er nicht zu viele Rosse halte und führe das Volk mich wieder nach Ägypten, um die Anzahl seiner Rosse zu mehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde, er soll auch nicht viel Silber und Gold ansammeln. Und wenn Sie das alles mal so durchgehen, Kriterium für Kriterium, dann sagt man sich, ja, mein lieber Scholli, also mein lieber David, du warst schon auf einem sehr wackeligen Pfade dort gewandelt. Und wer sich in Gefahr begibt, kann leichter darin umkommen. Also da waren schon Gefährdungen, die er teilweise auch selber zu verantworten hatte. Nicht erst mit der Batzebar. Und trotzdem, trotzdem haben wir auf der anderen Seite auch diese Integrität und seinen aufrichtigen Wunsch im Auftrag Gottes dieses Volk zu schützen. Der Grund zum Maul halten. Und dann fügt er noch hinzu, ihr werdet nur wieder klarkommen mit eurer Situation, wenn ihr zu einer echten Einsicht gelangt, dann würdet ihr nämlich auch das Gebot der Stunde erkennen. Und das ist Vers 6. Also dem Gift der Verleumdung setzt er die Gabe des Frommen entgegen, sagt, ihr habt Grund zum Maul halten und jetzt hört mal das Gebot der Stunde. Opfert, was Recht ist und hoffet auf den Herrn. Wörtlich bringt Opfer der Gerechtigkeit. Bringt Opfer, mit denen ihr Gott ehrt. Bringt Gott das, was er von euch haben will. Und was will Gott von euch haben? Das steht zum Beispiel dann im Psalm 51, Vers 19. Das hatte David selber gebetet in seinem inneren Aufruhr und seiner Scham und seiner Verzweiflung. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist. Ein geängstetes und geschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist ein Opfer, das ihr opfern sollt, ein geängstetes, zerbrochenes Herz. Im Psalm 40, Vers 7 bis 9 lesen wir von dem Opfer des Gehorsams und der Hingabe. Und im Psalm 50, Vers 23, heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Wer Dank opfert, der preiset mich. Psalm 50, Vers 23, Gehorsam und Hingabe. Psalm 40, Vers 7 bis 9 und das zerbrochene Herz vor allem anderen. Psalm 51, Vers 19. Werdet still vor Gott, erkennt, wie sehr ihr ihn braucht. Und wissen Sie, das ist eine Absage an jeglichen Pragmatismus. Das ist jetzt verlangt von den Leuten. Eine Absage an die nächste Runde im Poker um die Macht. Es wird euch nichts bringen. Bringt euer Verhältnis zu Gott in Ordnung. Opfert, was Recht ist und hofft auf den Herrn. Das war für ihn die Devise gewesen. Das war seine einzige Chance, als er umkehren musste. Und damit endet die Adressierung, die Ansprache an diese hohen Herren. David entlarvt ihr Gift der Verleumdung. Er beruft sich triumphierend auf die Gabe des Chassid, erinnert an den Grund zum Mundhalten und mahnt sie, das Gebot der Stunde nicht zu verpassen. Und dieses Letzte nennt William MacDonald einen mutigen evangelistischen Vorstoß. Das passt auch zu diesem seelsorgerlichen Zugang. Es ist im Grunde genommen ein evangelistischer Vorstoß zu sagen, bringt euer Leben vor Gott in Ordnung. Euer Hauptproblem bin nicht ich, sondern euer Hauptproblem ist Gott. Flüchtet euch zu ihm, hofft auf ihn und seine Vergebung. Und Delitzsch betont, was die Widersacher jetzt lernen müssen. Delitzsch schreibt, sie sollen, also Delitzsch, das ist eben Anfang 20. Jahrhundert, das ist diese Sprache, aber es ist eine sehr schöne Sprache. Er sagt, sie sollen dem Selbstvertrauen entsagen, welches sie dem aller menschlichen Hilfsmittel beraubten Könige gegenüber verblendet. Also diese Protagonisten, diese Funktionäre sind verblendet gegenüber dem beraubten König durch ihr falsches Selbstvertrauen. Das sollen sie jetzt gefälligst aufgeben, aber dieser beraubte aller menschlichen Hilfsmittel entsagende König, der ist selbst in seiner Machtlosigkeit stärker als sie, weil er seine Abhängigkeit vom Herrn erkennt. Und das kommt dann zum Schluss und das ist schon der letzte Abschnitt in dem erleichterten Gebet zum Ausdruck, mit dem David dann an diesem umkämpften Tag in den Schlaf sinken wird. Und jetzt greift er den Faden des Gebetes wieder auf, das ist das letzte, geborgen in Gottes Gegenwart. Ein Gebet gegen das Grauen, unterbrochen von dem Gespräch mit den Gegnern und dieser Tag endet und diese Nacht beginnt und entfaltet sich dann geborgen in Gottes Gegenwart. Ja, so ermutigend die Treue und die Loyalität und die Opferbereitschaft auch ist, die seine Leute in diesen kritischen Tagen beweisen, im Hinblick auf die äußeren Machtverhältnisse dürften Ihnen allen, die Sie da in Mahanaim sitzen und warten und sich vorbereiten, doch manchmal Zweifel gekommen sein. Und ein leichtes Magengrummeln, wie es denn nun werden würde, Vers 7, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Wie wird es jetzt ausgehen? Was wird nun am Ende bei diesem Konflikt herauskommen? Und es gab sicherlich viele Gegner, die gehönt haben, ihr könnt euer Testament schon mal machen. Wer wird euch noch mal was Gutes sehen lassen? Aber David lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern was macht er hier am Ende? Er tritt die Flucht nach vorn an. Er macht dort weiter, wo er in Vers 2 aufgehört hat, indem er sagt, Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und hier haben wir am Ende drei Schätze, drei Schätze, die David mit seinem Gebet uns auch verkündet, weil Gott sie auch uns schenken will. Das Licht vom Licht, die Freude vom Feinsten und die Sicherheit zum Schlafen. Licht vom Licht. Was ist das für ein anspruchsvolles Gebetsanliegen, wenn wir das so wörtlich nehmen, wie es hier auch gemeint ist und wie es ähnlich dann auch in späteren Psalmen immer wieder auftauchen wird, so in Psalm 31, Vers 17, lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht und häufiger. Herr, sei mit dem Licht deiner Gegenwart bei mir. Licht vom Licht, vom wahren Licht. Und der Jesus hat uns diese lichtvolle Nähe ja noch mal deutlicher zugesagt. Ich bin das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird Jesus selber haben als Antlitz über meiner Existenz. Und was David hier macht, wenn er denen, der das Licht ist und der das Licht geschaffen hat und der das Licht schenkt, darum bittet, mit seinem Antlitz über meinem Leben, über meiner Existenz zu walten. Hier beruft er sich auf den Aronitischen Segen. Diesen Segen, den wir auch aus unserem Gottesdienst kennen, diesen Segen, den wir auch morgen als den Zuspruch Gottes für die neue Woche wieder hören und uns zusprechen und immer wieder erfliehen wollen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Deswegen sagen wir das im Gottesdienst. Das ist die Situation. Es gibt im ganzen Alten Testament sonst kein so klares Echo dieses Segens wie hier in dieser Situation. Und da wollen wir wieder hin. Und deswegen erbitten wir auch von Gott diesen Segen Sonntag für Sonntag. Und wir dürfen ihn auch jeden Tag wieder neu erbitten. Herr, sei du bei uns mit dem Antlitz deiner selbst, mit deinem Licht, mit deinem Segen. Und dann die letzten beiden Verse zeigen, wie wunderbar Gott diese Bitte Davids erhört. Er schenkt ihm die Freude vom Feinsten. Also wirklich die beste Freude, die es gibt. Wir haben in der Markthalle bei uns einen großartigen italienischen Gastronom, der immer, wenn er seine Dinge da anpreist, die man dort essen kann in der Markthalle, sagt er nur vom Feinsten, nur vom Feinsten. Und dann fügt er immer noch hinzu, wunderbaro, wunderbaro. Daran musste ich denken, dadurch kam ich auf diese Formulierung, Freude vom Feinsten. Und die lässt er den entmachteten König schon jetzt erfahren. Du erfreust mein Herz. Das ist Freude vom Feinsten. Ob jene auch viel Wein und Korn haben, noch bin ich entmachtet, noch bin ich hier in so einem Kurzexil, noch bin ich darauf angewiesen, dass gute Freunde kommen und hier Öl und Rosinen und Schafskäse vorbeibringen, damit wir irgendwie durchkommen. aber du hast mir Freude ins Herz gegeben und diese Freude ist weit mehr und diese Freude ist unabhängig von dem, was die Putschisten zurzeit in den Speisekammern des Palastes genießen können, nämlich reichlich Wein und Korn. Das können die Putschisten zurzeit genießen, das ist wahr. Aber du gibst mir etwas unendlich viel besseres, nämlich Freude ins Herz. Du erfreust mein Herz. Und da steht nicht du wirst mein Herz erfreuen oder erfreue doch bitte mein Herz. Nein, das ist eine Tatsache. Du erfreust mein Herz und du sorgst sogar dafür, dass mir noch der Notproviant hier nachgeliefert wird. Du erfreust mein Herz. Und ich darf noch einmal Delitz zitieren, weil er sich auch daran freut, dass diese Freude uns keiner nehmen kann, weil Gott sie uns ins Herz legt. Delitz zeigt, wie krass dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich am Ende ist, also zwischen dem vermeintlich armen David und den zur Zeit in Wein und Korn schwelgenden Putschisten. Delitz beschreibt es so, David und seine Schar hatten den Anschein einer Bettler- oder Freibeuter Bande, aber der vom Zepter an den Bettelstab gebrachte König ist doch vergnügter als die Empörer was er in seinem Herzen hat ist ein besserer Schatz als was jene in ihren Scheuern und Kellern was er in seinem Herzen hat ist ein besserer Schatz als was jene in ihren Scheuern und Kellern haben und Delitz schließt so legt er sich denn heiter und ruhig schlafen und das bezeugt uns der letzte Vers Sicherheit zum Schlafen ich liege und schlafe ganz mit sicher wohne das klingt geborgen das klingt wie ein kleines Kind aufgehoben im Schutz seiner liebenden Familie das ist ein Bibelfers nachdem sie dann ihre Nachttischlampe ausschalten können und ihre Bibel zuklappen und irgendwann können sie den Psalm sowieso dann auswendig ich schlafe und liege und schlafe ganz mit Frieden weil du mich gut wohnen lässt wohnen das heißt ich bin aufgehoben ich weiß wo ich hingehöre er ist ja auf der Flucht aber er redet trotzdem von wohnen weil er geborgen ist unter dem Schutz seines Gottes wie gesagt es ist möglicherweise die Nacht vor der entscheidenden Schlacht die Nacht vor der entscheidenden Schlacht nach Tagen voller Gefahren Bedrohung Nerven Anspannung sicher zwischendurch auch Angst durchaus auch Angst aber David hat eine Schutzburg in der er wohnen darf die kein Mensch erschüttern kann und das ist das du allein du allein das ist deine Schutzburg das ist meine Schutzburg und deswegen kann ich getrost schlafen deswegen kann ich da getrost liegen und selbst wenn ich wieder aufwache selbst wenn die Unruhe nochmal an mich heranschleicht du bist da und du allein hilfst mir dass ich sicher wohne ja die Ambivalenz der Nacht das empfinden wir ja auch manchmal einerseits dieser beschirmende Charakter der Nacht wenn der Tag hart war oder wenn man am nächsten Tag in eine schwierige Situation rein muss eine problematische Auseinandersetzung eine Klausur was auch immer dann tat es und tut es manchmal einfach gut noch einmal durchpusten noch einmal sich ins Bett flüchten noch einmal hoffen dass der Schlaf sich einstellt noch einmal einmal zur Ruhe kommen und dann morgen hoffentlich gestärkt losgehen dieses beschirmende aber die Nacht hat auch etwas etwas bedrohliches die Nacht ist auch immer wieder auch das kann man in den Liedern nachvollziehen eine Metapher für diese Schutzlosigkeit mit der man eigentlich da liegt einfach weil man sich ja nicht kontrollieren kann zum Beispiel in diesem Lied Christ du bist der helle Tag wir bitten dich Herr Jesu Christ behüt uns vor des Teufels List der stets nach unserer Seele Tracht dass er an uns hab keine Macht oder aus diesem Lied der Tag hat sich geneiget die Nacht hat sich genaht Gott sei gebenedeit der uns beschützet hat er wolle durch seine Güte durch seine große Macht uns gnädiglich behüten auch jetzt in dieser Nacht oder aus diesem Lied werde munter mein Gemüde der Tag ist nun vergangen und die trübe Nacht bricht an es ist hin der Sonde prangen so uns alle freuen kann stehe mir oh Vater bei dass dein Glanz stets vor mir sei mich umgebe und beschütze ob ich gleich im Finstern sitze und ein letztes Beispiel aus nun ruhen alle Wälder da heißt es wo bist du Sonne blieben die Nacht hat dich vertrieben die Nacht des Tages Feind verhin eine andere Sonne mein Jesu meine Wonne gar hell in meinem Herzen scheint also die Liederdichter spüren etwas von dieser Unverfügbarkeit der Nacht von diesem Unheimlichen was auch mit der Nacht verbunden sein kann und wissen sie das ahnen auch die Heiden das haben sie auch manchmal in den Liedern ich keine achten ich werde jetzt nicht singen aber ich will wenigstens noch mal ein Lied zitieren von Reinhard May wo er das so beschreibt genauso wie die Liederdichter des 17. 16. 18. 19. Jahrhunderts die Schatten werden länger der graue grame Grillenfänger das ist so eine Metapher für einen trübsinnigen unheimlichen Menschen Landstreicher oder so streicht um das Haus der Tag ist aus die Ängste kommen näher sie stellen sich größer krallen sich zäher in der Seele fest in deinem Traum geäst manchmal ist es bis zum anderen Ufer der Nacht wie ein lichtloser Tunnel ein nicht enden wollender Schacht alles erscheint dir schwerer bedrohlicher und hoffnungsleerer mit der Dunkelheit kommen aus dunkler Zeit ferne Erinnerungen die Nacht wispert mit tausend Zungen sie sind alle aus du bist allein zu Haus mit einer stummen Verzweiflung und dem Knistern im Parkett und als einzigen Trost das warme Licht des Radios an deinem Bett kennen wir denke ich alle solche Situationen Reinhard May dichtet dann ich bringe dich durch die Nacht ich bringe dich durch die raue See naja wer kann das wer kann das dann schon und David hat hier ein besseres ich bringe dich durch die Nacht er weiß du allein Herr hilfst mir dass ich sicher wohne es gibt nur einen der uns wirklich sicher durch die Nacht bringt und auch durch die Nacht aller Nächte und dann an das Licht seines ewigen Tages und deshalb dürfen wir getrost in unsere Nächte gehen und dann dürfen wir auch getrost wieder in den nächsten Tag starten weil wir zu dem gehören der uns wunderbar führt und dem wir das sagen dürfen Herr lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes du erfreust mein Herz ob jene auch gleich viel Wein und Korn haben ich liege und schlafe ganz mit Frieden denn allein du Herr hilfst mir dass ich sicher wohne und Martin Luther hat sich darüber so gefreut dass er einen abends segen formuliert hat einen morgens segen aber ich lege jetzt den abends segen vor den den vor den denen die noch nicht so geübt im beten waren und denen er auch Worte geben wollte in die sie sich hinein stellen können um darüber dann zu eigenen Worten zu kommen und denen empfiehlt er dann diesen Abendsegen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast und bitte dich, du wolltest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe und mich auch diese Nacht gnädiglich behüten, denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir. Er hat seinen Engeln befohlen, biblisches Wort, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Und Luther fügt dann noch hinzu die Aufforderung, als dann flugs und fröhlich geschlafen. Das rate ich Ihnen jetzt noch nicht, aber heute Abend lassen Sie mich beten. Ach, allmächtiger Gott, dafür loben wir dich, dass du unser Schutz bist, dass du dein Antlitz über uns leuchten lässt, dass du uns Freude ins Herz gibst, gibst, egal wie es um unseren Wein und unser Korn bestellt ist. Herr, dass wir in deiner Obhut wirklich geborgen sind, weil du allmächtig bist und weil du den Retter geschickt hast, der Gnade und Gerechtigkeit zusammengebracht hat, Herr Jesus, und so unser Leben geborgen sein darf, umgeben von deinem Morgensegen und deinem Abendsägen. Herr, dass wir in Frieden einschlafen und getrost wieder aufwachen dürfen, weil du mit uns gehst. Unser Leben ist in deiner Hand, Herr. Und wir danken dir, dass du uns für den Weg durch dieses Leben mit all dem, was uns manchmal umtreibt und quält und uns nachgeht und uns manchmal den Schlaf rauben willst, Herr. Dass du uns deine Psalmen schenkst, dass wir aus deinen Worten beten lernen dürfen. So wie der Vater die Kinder das Reden lehrt, so lehrst du uns das Beten. und darin dürfen wir getrost sein, weil du uns erhörst, Herr, und weil du immer, immer da bist. Amen.